aber so richtig viel munition ist das jetzt hier auch nicht ne also wenn ich mir mal überlege es wäre notfall irgendwie sowas und das müsste hier verteidigt werden ist das so dafür ist irgendwie nicht gemacht na gut the boy is back vielleicht schild wir erst mal hier einen moment was geht denn so bei euch im leben im moment schreibt es in die kommentare ja immer weiter ja nicht zu mir ja hast du schlecht die laune kann ich schon auch verstehen also wenn er das jetzt kaputt kriegt dann bin ich beeindruckt der macht mich da ist ja gerade gesehen der macht mich kopf kürzer und schnell ist er auch und wir sind was waffen waffen power angeht reden wir mal nicht drüber okay er hat es noch nicht gecheckt das ist sehr gut da ist aufzug jetzt sagen weil es doch leichter wie gedacht ja hochmut kommt vor dem fall so jetzt gehen wir wieder zu dieser tür hierher genau wunderbar wie diese schrotflinte so einhändig nehmen einfach mal zur sicherheit ich schalte um ich habe das gefühl ich schieße klar auf den automat aber praktisch so die diese zecke jetzt waren es glaube ich vier wirklich sehr 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 praktisch was ist da warum 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 ich habe irgendwie das gefühl wir machen es nicht mehr so lange also jetzt vom spiel per se ne ist jetzt nicht die erste wahl da lang zu gehen ich habe doch schon wieder so einen gehört ja läuft gut ich würde sagen ich gehe einfach durch ne ich spare mal meinen kommentar sonst wird es gesperrt das video ja es wird immer schlimmer es wird wirklich immer schlimmer ne so diese diese verseuchung hier oh was auch immer das hier ist also diese jagen diese kugeligen kugeln ich check das mal hier aus es war ein versuch wert er soll einfach ein bisschen druck erzeugen glaube ich vier schuss der letzte ist für mich hier sieht es schön aus also vom design her auch wieder ein bisschen eigengewöhn aber naja ok ja ich dachte wir hätten jetzt ein teil gefunden der vielleicht nicht so befallen ist ach richtig zersetzt auch die struktur die wände es schläft das spiel schafft es immer wieder dass mir die worte fehlen also keine ahnung was jetzt ich glaube das hat es aufgeweckt ja dann gehen wir mal da rein alter hier rein da hoch ach zu unserem jungen freund hier ja ich gehe mal nein ich habe jetzt keine zeit nein 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 ich habe keine zeit nein 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 autogramme gibt später alles sagt mir geh nach links aber ich ich gehe auch nach links aber ich will ja alles mit euch gucken ich will ja hier alles mal anschauen wir müssen ja knöpfe drücken wir müssen ja knöpfe drücken ja 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 ich würde gerne gehen ich würde gerne gehen ich würde gerne gehen danke ja wir haben auf jeden fall ich bin hingefallen hat einer pflaster bitte eins mit batman schon coole coole karte typ so keine ahnung was das ist ja wir sind hier raus dann haben wir jetzt hier lustige neue freunde kennengelernt ich glaube diese schrotflinte die wir haben die dient einfach nur zu meiner persönlichen beruhigung so ok also wir gucken jetzt mal auf dieser ebene erst bevor wir die nächste stufe aufmachen vier ja haben wir fast das haben wir fast erreicht hmm Was? Hey, du, ich hätte eine Frage. Weißt du, wie dieser Apparat da funktioniert? Okay. Hat auch keine Ahnung. Ähm. Was soll denn das heißen? Wo soll denn das hin? Also, was, in welcher Welt macht denn das Sinn? Und so wie es war, ist es nicht richtig. Ne, gut, also entweder fehlt noch etwas. Einschneidendes. Das sieht wichtig aus. Oder, ich weiß auch nicht. Wahrscheinlich muss ich das, genau das jetzt erstmal lösen. Äh, um da oben weiter... ...zukommen. Was ist das denn? Zieht nach einer Art Maschinengewehr aus. Irgendwie, ne? Ähm. Okay, die Waffen werden mächtiger. 2-4 haben wir nicht. Ist das dieselbe Tür gewesen? Ne. Uuuuh. Äh. Ja gut, wenn der da herkommt, ne? Dann... Ach ja. Oh Mann. Ähm. Ja. Ähm. Weiter. Ähm. Klar. Hätte, äh. Hätte, hätte, hätte Fahrerkette jetzt, ne? So, okay. Ich kann nicht nachladen, weil, äh... Ja. Keine Munition. Munition. Mhm. Ist... Voll auf Munitioniert. Okay, mal schauen. Vielleicht kann ich damit ja irgendwas machen. Dann ist das so eine Art Granatwerfer. Hm. Ja. Der gefällt mir. Den nehm ich. Den würde ich gerne einpacken. Nice. Na gut. Wir brauchen... Ja, das ist ein bisschen zu... Ja, hau mich ab. Nein. Oh Mann, heilen. Ja. Ja. Sorry, Leute. Sorry, Leute. Da war ja was mit heilen. Ja, weiter bitte. Aber mit meinem Glück. Checkpoint oben. Das wäre schön. Dann heilen wir uns auch gleich. Das war unnötig. Ich weiß. Nee, aber gut. Heilen wir uns jetzt trotzdem. So. Das ist... Wunderschön so. Munition mitnehmen. Und... Dann schauen wir mal, dass wir da oben irgendwie weiterkommen. So. Nachladen. Ich frage mich auch gerade so ein bisschen, wo ich hier nicht das gerade stecke. Also... Diese... Einzelteile da. Die Module. Das gefällt mir echt gut. Das hätten wir eben mal gebraucht, hm? Ah ja, zum Widerrufen. Nee, ich brauch das. Okay. War einer zu viel. Also... Bisschen unnötig. Hm... Ei. Also einen treuen Fan hier im Spiel habe ich, ja? Ja.